Hallo, ich bin Caroline Herfurt und in Fakir Goethe spiele ich die Referendarin Lisi Schnabelstedt. Der Lehreralltag ist ja jetzt nicht so besonders spannend, aber da gibt es auch noch den Herrn Müller. Und der bringt nicht nur die CMB, sondern auch mich ganz schön ins Schwitzen. Weil er so heiß ist. Hallo. Ach Elias, du solltest nackt sein. Es hat doch gar keinen Marketing-Impact, wenn du hier so steif rumstehst. Ich bin in halbem Film lang nackt. Ich fühle mich sexuell ausgenutzt und das ist Hundeshampoo. Oh, dann sei brav zu frauschen. Also Mädels, die Vorstellung nur für euch. Und ganz viel Herr Müller. Es kitzelt aber auch. Genieß es halt mal, ich rubbel dich hier ab.